Hallo liebe Leserinnen und Leser von Klassik Akzente, ich bin Andrea von Spark und eben ist unser neues Album Folktunes bei Deutsche Grammophon erschienen. Sie können alles über dieses Album auf Klassik Akzent erfahren, Sie können das Album reinhören oder Fotos anschauen und alle Neuigkeiten sehen. Viel Spaß! Die Four Seasons sind eine gute Wahl für dieses Projekt, denn es ist ein Material, das wir wissen. Es ist ein Teil unserer Musiker Landschaft. Ich wollte das Stück machen, weil ich liebe die Vivaldi. Es war meine Art von mit einem Gespräch mit Vivaldi. Das war großartig. Es ist eine der größten Übersetzung der Literatur, ich denke, von jedem Stück. Aber zu machen eine Recompose Version der Four Seasons ist wirklich interessant. Es war sehr interessant. Und ich habe einfach durch die Fähigkeiten gekürt, und habe die Fähigkeiten gekürt, und machen neue Objekte aus. Es war einfach wie ein Sculptor, mit einem fantastischen Rohrmaterial und einfach in eine Art und Weise, die mir gefühlt hat. 1975 wurde ein Manuskript von Bach entdeckt, eine Appendix bestehend aus 14 Kanons, bezugnehmend auf die Basslinie der Goldberg-Variationen. Diese 14 Kanons sind nicht ausgeschrieben. Es ist eher wie eine Art Spielanleitung und ich habe diese Spielanleitung als Basis für meine Komposition Long Walk benutzt. Zur heutigen Zeit übertragen könnte ein Kanon vergleichbar sein mit einem Loop. Das heißt, ich habe diese Kanons als Loop in Long Walk verarbeitet. Let's talk about the the elephant in the room, which is playing Bach on a modern piano. Do you want to show your thoughts about this? That's the elephant. Well, it's certainly an elephant, but it's a very useful elephant, because it can do a lot of things. If you ask what's the right instrument for Bach, it's impossible to answer that question. Look at the 48, the well-tempered Klavier. We cannot say what instrument it was written for. Klavier is a zammelwoartime, a collective word. It means all the keyboard instruments that were available for Bach at the time. wie ist er liebrett? hey, look sir. ist die Führung von deposieren? Vielen Dank.